Hi! Hallo Freunde, und ein herzliches Willkommen, zu diesem Ultima-Demo kompletten beschissenem kackdings. Geuuuut, hier hüpfen wir mal rundum. Gib mir bitte ne Waffe. Das war ein sehr guter Sprung von mir. Heilige Scheiße, Junge. Dann können wir uns schon mal hier reindrücken. Jetzt kommt ihr wie hier du fänden. Hast rein. Ich habe keine Waffe. Eine Pistole, Junge. Aha. Die Trottel. Hallo. Wenn zwar sie streiten, flirrt sich der Dritte. Zack. Gar kein Problem für mich. Easy, easy, easy. Boah. Oh. Hab ich dir den ersten Ding gegeben. Alto Belli. Komm her. Wo ist er? Ja, du bist der Größte. Ich mach dich trotzdem fertig. Oh, was? Das war doch ganz knep. Ah. Buck. 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 So. Das sind wir wieder in dem schönen Bus. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Da ist schon mal ein Wäfchen. Sehr gut. Gehen wir halt hier runter. Und jetzt wieder hoch. Oh, Junge, der war noch dümmer als ich. Heilige Scheiße. Ast rein. Ei, 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 Junge. Ähm. Verbandiere dich, mein Freund. Bäh. 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 Gehen wir mal hier rüber. So, weg hier. Hört doch mal auf. Nicht so beschießen, ihr Scheißwurz. Bäh. 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 Ist sie mal irgendwer, Alter? Hier ist ja nirgendwo mal ein Jake. Ei, 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 ei. Was war das denn für ein Kistchen? Äh. Hier ist irgendwo Action. Ich höre dir doch was. Ah, du kleine Scheißsau. Ah, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Ha, ha. Zack, du kleine Stückchen Kot, ey. Mann, Mann, Mann da. So. So. Wo ist denn hier die Zone? Wir sind mittendrin. Das ist schon mal gut. Ah. Wo? Wo? Ach, diese Scheißviech da. Was war das? Verpissen sie sich. Hm. Gut. Komm mal hier her, ja. Zack, zack. Komm her. Komm. Komm. Ich mache dich fertig, mein Flirt. Den kaufe ich mir. Wo ist er denn? So. Da ist einer. Da ist einer. Ah, wo? Wo war da oben? Oh, du dumme Sau. Oh. Heilige Mutter. Boah, war das schlecht, Alter. Ich würde sagen, das geht deutlich, deutlich besser. Und das werden wir dann im nächsten Video sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Einen schönen Tag. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.